Scharmanter Bauunternehmer Wer seriöse deutsche Arbeit will, muss dafür bezahlen. Wenn du Pusch willst, dann hol dir deine Polakten. Sucht kompetentes Kindermädchen. Wanda Nabrowski. Kommen Sie aus Polen. Ich kann Ihnen helfen. Sie glauben, ob ich im Ernst, dass ich Ihnen meine Kinder anvertraue. Warum magst du Wanda nicht? Ich wollte doch noch helfen. Eine horde polnischer Schwarzarbeiter. Du musst endlich mal loslassen. Und dann kam Wanda. Freitagabend im Ersten. Freitagabend im Ersten.